Hallo ihr Lieben, ich habe von Dyson Care ein Paket zugeschickt bekommen. Das ist eine Thermosflasche, extra um das Insulin zu kühlen. Ich dachte es ist eigentlich ganz cool für Reisen und den packen wir jetzt einmal zusammen aus. Genau so sieht es hier einmal aus. Und so sieht der Decker aus, da sieht man schon diesen kleinen Fühler, der später die Temperatur misst. Das blaue Fläschchen, was ich gerade auspacke, ist sozusagen die kühle Flasche. Die kommt für 6-8 Stunden in die Gefriertruhe und wird dann nochmal für 5-30 Minuten aufgetaut und kommt dann in die Flasche rein. Dann kommt das Insulin rein, in meinem Fall jetzt ein Pen und 3 Fläschchen Insulin. Die Flasche ist aber ausgelegt für 2-3 Pens. Es gibt aber auch andere Größen. Dann waren also 2 Schutzhüllen einmal dabei. Und hier gibt es einmal die Notfallflasche. Da kann Eiswasser hineingefüllt werden und das Medikament bleibt trotzdem kühl. Dann gibt es noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und sehr cool so ein Sticker, wo man in dem QR-Code seine Daten hinterlegen kann, falls sie verloren geht. Hier nochmal kurz die Flasche. Und einmal wie man die Temperatur sieht. Dann geht es noch ein bisschen mit dem QR-Code. Dann gehen wir wieder. Und dann kommt das